Yo, das ist alles klar, hier ist AncientFo und heute gibt es also jetzt gibt es kein richtiges Video und zwar, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass ich einen eigenen Server habe und ihr seht ganz oben bei mir ist er schon, das ist der Server. Ihr könnt gerne darauf joinen, aber er ist wahrscheinlich immer nur online, wenn ich im Livestreams bin und ja, wir gehen jetzt mal auf den Server, dann wisst ihr schon, dann könnt ihr so ein bisschen sehen, was das so ist. Apropos, das Server ist auch nur in der 1.16, also ja, ihr könnt da nur in der 1.16 hoch. Ja, auf jeden Fall, hier ist der Spawn. Hier spawnt, hier müsstet ihr dann Spawn meistens. Spawn Point. So, hier ist jetzt der Spawn Point hier. Werdet ihr jetzt Spawn, wenn ihr auf den Server kommt. Und ja, Leute, hier ist auch das Spawn, hier gibt es einfach mal so Dinger hier, die geben ein bisschen Licht und so, wo ihr dann einfach, ja, wie soll ich sagen, hier könnt ihr einfach runtergehen, ganz easy oder hier könnt ihr auch hochgehen. Es ist jetzt noch nicht allzu viel auf dem Server. Es ist aber so, es ist hier alles ein Überleben. Also, ja, was ist also, ihr könnt hier also Sachen bauen, die ihr wollt, was ihr wollt. Hier ist eine kleine Mine. Die ersten Leute, die reinkommen, können hier auch einfach mal fahren gehen. Hier ist eine kleine Mine. Ja, ich war hier selber noch kaum drin. Ja, hier ist auf jeden Fall eine kleine Mine. Hier könnt ihr auch einfach reingehen, wenn ihr wollt und ein bisschen formen. Ihr müsst euch auch aufpassen auf Zombies. Ja, hier geht es dann wieder hoch. Und ich glaube, das hättet ihr jetzt gesehen. So, jetzt geht es weiter mit den Häusern. Oh Scheiße. Und zwar führt hier eine wunderschöne Brücke rüber bis hier hinter. Hier, das ist sozusagen mein erstes Haus, was ich jetzt überhaupt gebaut habe. Ihr könnt ihr dann, also dieses Haus hier, das ist rein theoretisch einfach nur sozusagen für alle da. Hier können alle rein. Hier werden auch noch Betten reinkommen, dass hier dann die Leute schlafen können, die nichts haben sozusagen. Aber hier darf man nur fünf Tage am Stück bis eine Woche übernachten. Dann muss man sich selber was bauen, wenn man sich selber keinen bekommt, sich was zu bauen, ja, dann gehört man halt drunter. Also wird man halt gewarnt. Beziehungsweise, ich werde es dann erklären den Leuten, die das nicht machen. Und wenn die es dann verstanden haben und das was bauen, dann werden sie nicht gekickt. Aber wenn sie es nicht verstanden haben, dann werden sie gekickt. Hier gibt es ein wunderschönes Etwas, was ich selber nicht weiß, was das ist, weil ich das nicht gebaut habe. Also, das war nämlich, sehr liebe Johann, einfach ein Astrioid mit einem Sitz. Auf jeden Fall, Leute, die Server IP ist unten in der Videobeschreibung, so wie mein zweiter Account, wo ich drauf livestream werde. Und meistens nur in Livestreams ist der Account, ach, der Account, äh, der Server dann online. Und ja, bis jetzt ist er noch ziemlich leer. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr raubkommen würdet. Dafür müsst ihr dann einfach nur rüber gehen, zu meinem anderen Account. Da werde ich dann auch streamen. Und auch wenn ich streamen, aber auf was anderes, ähm, aber zum Beispiel Skywalk Spiele oder so, wird der Server trotzdem online sein. Also immer im Stream ist er online. Ab und zu auch mal offline. Also wenn ich offline bin, ist der Server manchmal online. Und ja, hier kann man sich dann einfach, hier ist noch ein Villager Dorf, hier sind wunderschöne Villager. Ja, hier schläft einer. Ihr könnt euch, hier könnt ihr euch auf jeden Fall auch Dinge holen. Ihr könnt zum Beispiel auch eure eigene Basis machen. Zum Beispiel, ich muss mal in Nacht machen. Ist das richtig geschrieben? Ja. Passt auf jeden Fall perfekt. Ich kann nicht schlafen gehen. Warum auch immer. Ähm, ich wollte jetzt in Nacht haben. Naja, auf jeden Fall müsst ihr auch aufpassen, ihr dürft keine Villager schlagen. Wenn ihr jetzt, man, das kann ich euch jetzt nicht so demonstratieren. Wenn ihr jetzt euch ein Bett sucht und euch da reinlegen wollt, halt so. Dann könnt ihr einfach angeben, slash, ähm, Bett. Und dann halt, äh, sponnt ihr wieder da. Ja, und sponnt ihr hier halt beim Bett. Wenn ihr dann geschlafen habt. So. Das wär's denn erstmal. Hier oben ist noch eine 1v1 Area. Hier werde ich aber noch einen kleinen Eingang bauen. Beziehungsweise, hier kommen wir dann wahrscheinlich hoch. Hier sind Barrier Blöcke. Das ist ja hier. Seht ihr ja gerade. Das ist eine kleine 1v1 Area. Ihr könnt ihr ein bisschen fighten, wenn ihr wollt. Und ja, ich würde nur anmerken, ähm, ihr verliert eure Sachen, wenn ihr tot seid. Also würde ich lieber aufpassen. Und ja, also es ist ein Server. Ihr könnt hier einfach Sachen hinbauen. Ihr könnt hier, ähm, für Geld könnt ihr hier auch Sachen. Wie heißt das? Ähm, Sachen. Sachen kaufen. Ihr könnt euch zum Beispiel Jobs suchen. Zum Beispiel einen Vermieter. Dann kann der zum Beispiel, ähm, Dinge, wie heißt das? Ähm, der baut dann Sachen für andere, was er dann vermietet. Sozusagen. Und dafür kriegt ihr dann das Geld. Oder zum Beispiel Miner. Also, dass ihr Farm geht. Und dann dafür kriegt ihr auch Geld. Ich hab noch nicht rausgefunden, wie man die Geldfunktion einfach rein macht. Weil, ja, ich bin ziemlich dumm. Deswegen wird das erste Mal, solange die noch nicht drin ist, mit... Ähm, Emeralds. Ach, mit Emeralds sag ich schon. Mit Gold gehen. Bzw. mit Gold Nuggets. Gold Barren sind dann halt, wie man sich einen Gold Barren craftet. Ich glaube... Ich weiß es nicht. Halt... Ja, egal. Auf jeden Fall... Habe ich euch das jetzt gesagt? Das Geldprinzip? Das habe ich das... Okay. Also Leute, ich habe vergessen jetzt, was ich sagen wollte. Das ist ziemlich... 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 Ja. Glaube ich. Naja, werdet ihr auf jeden Fall immer Überlebensmodus sein. Ähm, wenn ihr... Ähm... Wenn ihr Fragen habt oder so, zu den Server schreibt es gerne in die Kommentare. Ich versuche jeden Kommentar zu beantworten. Und... Ja, Leute. Und das wäre nochmal mein Server. Ich hoffe, jetzt kein Video hat euch gefallen. Lasst doch gerne eine positive Wirkung. Da würde mich auch freuen. Und... Ja, Leute. Ähm... Ich bin es gleich live auf... Ach... Ja... Auf YouTube. Nicht auf Twitch. Und ja, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.